Jo, Video, Alter! Boah, wie das aussieht mit dir nicht! Must be Emo! Emo! Aber Kevin, ne? Der Kevin hier. Der Kiwi. Noch nicht Emo. Ja. Aber das kommt, das kommt. Leverage Project. Muah! Muah! Das ist die Schächte, warum ist die Scheiß? Wurst, wurst! Und dann werden wir aufhalten. Es ist ein optischer Zoom, Alter, optischer. Wie süß, dass er sich daran bewegt. Das ist geil. Mal, mal, man hört den Zoom gleich im Video. Cool. Wie das aussieht mit dem Licht? Nach aller Tabletten, sangria. Schon blau, ne? Boah, wie das aussieht! Was ist denn so nett? Ey, nun. Die andere Tüte noch hier. Wittliche Farbe! Da ist kein Gewehr drinne! Hab ich anderthalb wieder sangria getrunken. Ja, voll hell, Alter, boah! Boah! Ey, Polashek! Die Kotletts sind da schon lange da dran. Da sind sie. Ja, aber es ist so eine Qualität. Ketchup. Mit Bratrollen, Streifentaktik. Ja. Wegen Teberrolle. Nee, die waren im Knast. Frikandel. Mit Mais allein. Das ist der Wodka aus der Box. Boxwodka. Ach, das geht nicht. Aber nicht mehr da rein. Ja, bla bla. Messer, Messer. Messer hier, guck mal da. Messer. Messer, da. Ah ja, ich weiß was wir hören. Nee, hat der das nicht. Hat der auch nicht. Was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? Kann ich das gleich? Wenn ich will dazugehören. Tss, tss, tss. Ja. Thomas, find mir das Datum. Ja. Warte. 12. Achter. Wer wollte den? Warte doch! Den 16. Ja, man erkennt's. Ja, ja. Scheiße. Einmal ein bisschen schräg an meinen Ort auf deiner Homepage als Grillmeister. Ja, locken ja. Ja, wegen dem Licht. Ja. Warte. Hier. Lasse Licht. Wieso gefuck das hast du, ey? Gammelfleisch. Da haben wir einen Blick drauf. Der Oli nimmt aufs Maul. Und so. Und dann, dann hat sich das nachher wieder alles geregelt. Weil der Manuel hat das nachher. Ja, mhm. Und erzähl mal ein Witz schnell. Das ist ja schon ein Witz schnell. Das ist ja schon ein Witz. Also. Komm, wir gehen an einen coolen, einen coolen Ort. Komm mit. Komm schnell. Schnell. Mit cool Hintergrund, hier. Stell dich mal hin. Also. Da sind diese drei Typen, ne? Das ist wohl das Blair Witch Bild. Egal, erzähl. Da sind diese drei Typen, ne? Das sind diese drei Typen. Ja. Ja. Und da ist dieser, äh, der Mexikaner. Mhm. Der Türke. Ja. Mach einen schnellen Witz bitte. Und der Deutsche. Schneller. Die dürfen sich alle drei was aussuchen. Da sagt der Deutsche, äh, da sagt der Türke, ich möchte, dass alle meine Türkenbrüder eben in der Türkei sind und glücklich und zufrieden. Da sagt der Geist. Plüpp. Dürfte. Zack. Alle Türken sind in der Türkei glücklich. Ja, das ist voll scheiß Witz, Alter. Ja, aber ich hab noch einen guten. Und noch einen kurzen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Okay, einen kurzen. Räuten mal. Nee, kippt um. Ich war gar nichts verstanden, Alter. Aua. Boah. 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 Alter. So zu. Boah. 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 Man kann mit einem. Boah. 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 Undo. Ah. Oh. Oh. Hör." Billy! Gefäng.» Boah. Muah. Ey, das musst du schnell nochmal machen. Also, du weißt ja, wie wir uns die Schuhe zu machen. Schuhe zu machen, ja, zeig mal. Das ist voll zu dunkel, weil wir machen das drinnen schnell, komm. Schnell, der hat sich ja viel Zeit, wie wir uns die Schuhe zu machen. Ja, wir machen das so. Ja, wie machen die Blondinen das? Wie denn? So. Was für Trottels. Ich mach mal Ende. Das ist so cool.